Hallo, hallo und willkommen in den Sitchford-Charts vom 31.07. bis zum 6.08.1933. Alle Spiele auf dem ersten Platz haben wir... Auf dem ersten Platz haben wir... Auf Platz 1 haben wir FIFA 23 Legitition. Auf Platz 2 haben wir... Pikmin 4 auf Platz 3 haben wir... Marvel and Rabbit Kingdom Battle. Auf Platz 4 haben wir... The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Auf Platz 5... Subway Simulator. Auf Platz 6... Markite 8 Deluxe. Auf Platz 7... Among Us auf Platz 8... Gear Club Limited. Auf Platz 9 Minecraft. Und auf Platz 10... Just Dance 2023. Exklusiv als Download. Auf 1 haben wir... Subway Simulator. Auf Platz 2... Among Us. Auf Platz 3... Limbo. Auf Platz 4 haben wir... Brutato. Auf Platz 5... Minigolf Adventure. Auf Platz 6 haben wir... Worms WMD. Auf Platz 7 haben wir... Storyteller. Auf Platz 8 haben wir... Disney Dreamlight Valley. Disney Dreamlight Valley. Auf Platz 9 haben wir... Roller Caster... Roller Caster... Auf Platz 9 haben wir... Roller Caster... Taikon 3... Complete Edition. Und auf Platz 10... Endzeit. Das waren die... Switch Software Charts vom... 31.07. bis zum... 6.08.30. Danke fürs Zusehen... Danke fürs Zusehen... Und bis zum nächsten Mal... Tschüss. Zum nächsten Mal...